Moin, hallo und willkommen zurück zu den Komen. In der letzten Episode haben wir ja das Fisch-Competition-Event gemacht. Und jetzt will ich noch für Max noch was angeln, damit wir ein bisschen in seiner Gunst steigen. Gucken wir mal. Aber ich brauche einen Bennett Moorung. Finden wir die ja auch? Bluefish? Ich meine, hier waren irgendwo welche. Da ist einer. Dich brauche ich. Ein bisschen leise sein und dann angeln. Wo schon. Ah, nicht ganz. Okay. Uh. Da ist ja eigentlich so ein Loch drin, ne? Das wundert mich. Okay, das haben wir geschafft. Dann geben wir das direkt bei Max ab und dann haben wir das auch erledigt. Das wird noch eine Weile dauern. Ich weiß gar nicht, werden die andere nochmal chillen? Nein, ich habe vergessen, wie sie heißt. Die macht ja immer die Bug-Competition hier. Das ist eine bestimmte Familie, oder? Die die Competitions hier abhalten. Ja, das weiß ich, dass die Competition cool war. So. Äh, lass uns reden. Worum willst du reden? Hier geht's. Hier geht's. Oh, ihr fandet Ben & Moin? Ja, habe ich hier. Bitteschön. Oh, ihr fandet Ben & Moin. Dings, dankeschön. Ich guck mal gerade, wie viel du mir für einen, äh, Barracuda gibst. Äh, zum Fisch kaufen. Hier, ein Barracuda. Quite a catch. 34.000, yo, sell. Dann verkaufen wir eben den bis auf einen. So viel Geld kriege. Ja, komm. Lass uns reden. Kann ich nicht noch mehr verkaufen? Oh, das ist die Zeit vorbei. Nee, schon 18 Uhr hat er zu, ne? Doch, let's want to buy a Fisch hier. Bis auf einen, alles verkaufen. 350.000, yo, hier. Bitteschön, mach's gut. So, dann gehen wir jetzt noch ins Museum und geben den einen noch ab da. Dann haben wir da nämlich auch ein Barracuda abgegeben. Dann ist er nämlich auch ein Museum. Und wir haben ja ein bisschen cooler gemacht. Das ist ganz gut, eigentlich. Hat sich ja doch gelohnt. Hat sich ja doch gelohnt. So, mal gucken. Hey, Theodor. Wir kommen im Museum. Was kann ich für dich tun? Äh, ich habe nur eine Donation. Barracuda. Oh mein, Barracuda? Our collections are going to be missing in Barracuda. Wir müssen eigentlich alles vorbereiten noch für die Felder. Das muss ich alles noch abreißen, ne? Ich bin voll abgebogen. No, da lang. So, ab ins Bett. Go, 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 go. Go, 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 go. Bisschen Kniedlammer gemacht. So. Was riecht da draußen? Max. Congratulations for coming first in the fish comp. Please take this gold fish trophy as a prize. Thanks for taking part in the comp. I can wait to return. See you soon, Max. Das Butterflies? Ich glaube, ja. Das Fisch tatsächlich. Guck mal. Ich habe einen Backcomp. Guck mal. Ich habe Bronze, Gold und Silber. Kann ich den darunter nehmen? Kann ich die Chow wieder einstellen? Was die da... Ne, kann ich nicht. Passt nicht. Schade. Kann ich da nicht stellen. Das ist ja doof. Ähm. Teaport. Den nehmen wir mit. Tate. Ne, warte mal. Mach das mal weg gerade. So, dann setzen wir den da hin. Den silbernen. Dahin. Und hier setzen wir den goldenen Fisch noch hin. So, einen Teapot. Weiß ich noch gar nicht. Irgendwo anders hin. Dahin. Was ist denn da? Darauf passt schon. Ich habe immer noch die Kohle, die hier steht. Die steht immer noch in der gleichen Ecke. Die müsste ich einmal rumsetzen. Ne, komm, wir nehmen das mal runter. Ach, kann ich ja nicht, weil hier noch Klamotten drin sind. Und Spiegel habe ich hier noch drin. Ja, Klamotten habe ich doch eigentlich drüben hingelegt. Dann nehmen wir die mal mit und packen die mal rüber. Da habe ich noch so viele Klamotten hier. Wow. Guck dich das an. Ich hoffe, das bleibt da liegen. Hatte ich nicht noch mehr Klamotten hier irgendwo? Dann nehme ich die Klamotten mal alle raus. Und bringe die eben alle mal rüber. Hier waren, glaube ich, noch Klamotten drin, ne? Da ist noch was, siehst du? So schön, ja, mieses Wetter heute hier. Oh Mann. Möbel haben wir hier hauptsächlich. Keine Klamotten. Das müssen wir mal woanders reinpacken eigentlich. Keine Klamotten. Wo habe ich denn Klamotten noch gesehen? Ich bin der Meinung, dass ich irgendwo Klamotten gesehen habe. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Ne. Da packen wir die Klamotten nur da drüben hin. Passt schon. Passt schon, passt schon. Jetzt wird das auch gerade richtig bies hier. Tja, ab und zu kriegen wir tatsächlich noch Besucher, aber nicht mehr so viel wie früher. Weil die ja am meisten ja jetzt hier wohnen. Das ist ein bisschen was anderes. So, wie sieht's aus? Voll. Voll. Nicht voll. Voll. Passt. Okay, ein paar Klamotten nochmal weggeräumt. Ah, ne, warte, ich habe noch mehr am Inventor. Die liegen ja auch noch drei. So, weg damit. Okay. Dann war das auch schon. Hm, was könnte man denn noch machen? Ich weiß noch nicht genau. Das Buch kommt hier wieder rein. Wirst du halt die Felder noch weiter abstecken. Aber wir haben jetzt keine Springkleider, um das zu machen. Oh, wir haben noch irgendwie was gewonnen. Fischen kommt, Champ. Okay. Zweimal. Nice. Wo ist denn die andere Trophäe davon? Weiß ich gar nicht. Merkwürdig. Pedia. Der ist jetzt auch da drinnen? Okay. Dann haben wir eigentlich alle Fische. Ne, der hier nicht. Blackfish. Der Blackfish ist noch nicht im Museum. Okay. Da müssen wir nochmal ein bisschen rumchecken. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Das haben wir. Ja, das müssen wir noch umbauen, die Felder. Wir können mal gerade nach Mist gucken. Mist, Mist, Mist. Und das ist fertig geworden. So. Dann können wir das erste Feld wahrscheinlich dann komplett um 165. Aber das wird definitiv nicht reichen für drei. Können wir uns abschwenken, glaube ich. So. Kack haben wir auch noch ordentlich. Ach du meine, die Eier sind auch schon noch ordentlich da, ne? Dann nehmen wir mit. Wie viele Eier liegen denn hier rum? Alter Schwede. Ist ja alles voll hier. Nicht schlecht. Guck mal, ob es hier hinten. Uff, da, da. So. Okay. 75 Eier. Das hat sich gelohnt. Nicht schlecht. Dann packe ich hier drüben mal hin und dann... Gucken wir mal. Mit dem richtigen Winkel sieht das so ein bisschen regenbogenmäßig aus, ne? Weiß nicht, ob es da noch mehr Scheiben gibt. Eigentlich müsste es noch mehr Scheiben geben. So, Eier packen wir mal hier rein. Ich glaube hier, ne? Ja. 175 Eier. Nicht schlecht. Das sind ein paar Eier. So. Ja, jetzt können wir das nicht machen. Wir können bei Franklin aber gerade mal gucken, ob es da was Tolles Neues gibt. Und dann... Ja, muss ich mir überlegen, was wir noch machen können. Wir haben im Augenblick nicht so viel, ne? Ich würde gerne halt bauen. Crafting Recipe for a Bulblam. Haben wir schon. Mist. Na gut. Kannst du mir noch was bauen? Oder kann ich mal gucken, wie teuer was ist zum Bauen? Sagen wir es mal so. Proof Chainsaw. Ja, da brauchen wir... Da brauchen wir den ganzen Türen. Es geht irgendwie anders. Cory, Ride a Lone Mower. Motorbike, Ute, Traktor. Traktor wäre ja ganz interessant. Springs könnten wir nochmal suchen. Wir brauchen Springs. Aber das... Mach's gut. Dazu brauchen wir... Was brauchen wir denn da? Wir brauchen den Detektor dann tatsächlich. Natürlich bestes Wetter dafür jetzt, ne? Ob ich den denn drüben? Ja. Okay. Ja, Springs brauche. Wir können aber die Discs noch abgeben. Das sind mal fünf Stück da und geben wir die 20 noch ab. Geben wir noch ein bisschen Kohle rein. Das können wir machen. Wenn wir noch welche finden, dann können wir wieder welche abgeben. Ich lasse mal gleich über. Ich weiß, was wir brauchen hier. Ich habe noch ein paar Discs für dich. Excellent. Schau, die Discs sind sehr interessant. Ja, hier. Schön. Fascinating. Okay. Und ich kriege 204.000. Okay, deal. Deal. Dankeschön. Bis dann. Jetzt kommt wieder ein bisschen Kohle rein. Wir brauchen mehr Kohle. Mehr, mehr, mehr. Das wird eine weiter dauern. Wir können auch mal gerade gucken, was wir hier noch für Aufträge haben. Alpha Croc. Oh, ein Alpha Croc und ein Maggi Capture Reward. Hmm. For each Maggi delivered. 9.000. Letzter Tag. Ne, lass ich mal weg. Den Alpha Croc gucken wir uns immer an. Wo ist denn der? Da, eigentlich direkt in die Ecke. Okay, dann machen wir den gerade platt. Moment, da ist ein Fragezeichen. Das heißt, da ist wieder jemand. Ich glaube, Jimmy ist da, ne? Gucken wir mal an. Gucken wir uns den gerade mal an. Das ist das Boot. Ja gut, es regnet. Könnte sein, dass das Jimmy ist. Der will ja diese blauen Scheine haben. Lass mal gucken, was haben wir denn hier, ähm, für Aufträge. Ne, warte. 10, 10, 10, 20. Ah, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich gerade nicht. Ich dachte, wenn er so 100 oder 120 werden oder sowas, dann könnte man noch was machen. Oder 50 mindestens. Aber, ne, lohnt sich nicht. Okay, wir gucken mal an. Jimmy. Wir waren erst einmal da, Jimmy. Gucken wir mal, was er so am Angebot hat. Er hatte ein paar interessante Sachen da. Aber ich glaube, die waren viel zu teuer. Und wir hatten nicht genug von den Punkten. Vielleicht haben wir Glück für noch was Interessantes. Schauen wir erstmal da. Hey, aus dem Weg. Wo ist er denn? Da lang? Da lang. Der ist, glaube ich, quite upseize hier, ne? Wobei, bei schlecht Wetter müsst ihr ja irgendwo ein bisschen in der Bucht sitzen. Ich hoffe, er ist noch da. Da raucht es noch. Da ist er noch. Wetter ist wieder besser geworden. Enter. Oh, äh. Enter. Hallo. Hey, Jimmy. Willkommen, Ryu. Are you here to talk business? Hast du in einer irgendwelche Deals? I've always got great deals. Take a look around. Pocketwatch. Glider. Was ist das? By Key Cycler. Was ist das denn? Oh, das ist der Key Cycler. Transforms Anward Relics into Keys. 700.000. Ah, nein, danke. No worries. Feel free. Der Halo sieht nice aus, aber der kostet glaube ich 2 Millionen, ne? 50 Millionen. Okay, nein. 50 Millionen. Alter, wie lange muss ich denn daran arbeiten? Doku Cola haben wir letztens mal genommen. Blueprint. Sendland Crafting Recipe 400.000. Ne, danke. Was ist das? Coffee Seeds. Habe ich die nicht schon? 13.000, äh, gehen wir mal. Boah, die sind natürlich teuer, ne? 20 Stück? Ja, wir haben mal 20 Stück. 20 Coffee Beanste. Das ist Radio? Was ist mal Boombox? Family heirloom, one of a kind. I couldn't possibly part with it unless... Ergänzt gut Geld für... Ja, 6.000, okay. Nehme ich. You've talked me into it, right? Äh, Rio. So habe ich die Boombox genommen. Please take good care of it. There you are. Thanks for your chase. Oh, jetzt ist die Musik leise. Keine Musik mehr. Oh. Ein Heerloom. Er hat auch noch richtig geheult, aber ich habe gesagt, jo, nehm ich und dann war es weg. Was ist das hier? Jackaroo Statue. Golden Jackaroo Statue. Strange Gold Statue. That will be... Alter Schwede. Nein, danke. Was ist das hier? Gold Paint. Ultimate Vehicle Status Symbiol. 1000. Können wir mitnehmen? Nehme mit. Nicht schlecht. Okay, mach's gut. Da ist die Mucke. Okay, Coffee Beans haben wir. Dann können wir die im Spring anbauen. Ich bin gespannt. Okay, jetzt kümmern wir uns um den Alpha Jackaroo. Und dann ist die Episode gleich schon da rum. Dann haben wir von Jimmy noch ein bisschen was gekauft. Auch gut. Wo ist denn der Alpha? Ich sehe ihn gerade nicht. Da ist der Alpha. Ach, der hat wieder diesen Mist. Guck mal her hier. Uh, da hin. Uh, 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 uh. Oh, jetzt hauen. Da ist er kaputt. Okay. Das haben wir hingekriegt. Auch wenn wir gerade nicht so viel Leben und so hatten. Okay. Das liegt doch ganz gut, würde ich sagen, oder? Wir machen mal die Marker gerade weg. Also bei Jimmy brauchen wir noch ein bisschen mehr. Ich sag mal so, wenn wir eine Million haben, können wir wahrscheinlich alles aufkaufen. Aber, ja, machen wir nächstes Mal, oder? Oder kaufen wir alles weg? Ich habe halt auch 800.000 da, aber ich will nicht alles auf einmal ausgeben. Das ist das Problem. Ich frage mich, was das für ein Blueprint ist. Der Blueprint allein kostet schon 400... Was war das? 460.000? Oder 430.000? Hab ich schon vergessen. Die Statue war 360.000? Ja, das wird... Dann eine Million wird nicht reichen. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr. 50 Millionen für den Halo. Den Halo will ich haben. Aber 50 Millionen, äh... Ich glaube, das ist ein End-End-Tier. Das ist ein bisschen wie bei Dragon Ball, ey. Das ist... Ja. Das könnte ein bisschen dauern. Okay, wir fahren wieder zurück. Dann lade ich mal ab. Und dann stellen wir unser neues... Äh, neuer ist der Errungenschaft. Stellen wir da mal irgendwo auf. Unser... Den Heerloom von Ops. Jetzt habe ich mich gestrandet. Stranded deep habe ich hier jetzt. Okay. Okay, okay. So, dann bringen wir die Sache mal weg. Ich wollte hier eigentlich noch Springs sammeln, aber ich glaube, das können wir knicken. Dafür reicht die Zeit wieder nicht mehr. Das Zeug räume ich mal hier wieder rein. Ein bisschen Prime-Meet haben wir ja wieder. Goldene Farbe weiß ich noch nicht genau, wofür wir die gebrauchen können. Ich packe die erstmal weg. Ich weiß auch gar nicht, ob er die mal wieder neu hat, weil die gegen Punkte weggehen. Können wir mir vorstellen, dass das immer wieder kommen kann. Sicher bin ich mir nicht, wie gesagt. Das kann erstmal da hin. Das geht da hin. Das müssen wir irgendwo Manners hinstapeln, ey. Ich muss mal schauen. Wir brauchen extra eine Kiste für Baugedöns. Was geht nicht, dass ich hier so viel Mist drin habe. Packst du das mal da mit rein. Das Geld kommt hier rein. Seeds mache ich drüben rein. Da muss es nur wieder reichen. 32 Coffee Bean Seeds haben wir jetzt noch. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. So ist das jetzt alle? Ne, noch nicht ganz. Möbel und so. Packen wir weg. Mist. Weg, weg, weg. Jetzt können wir es mitnehmen. So, jetzt können wir ein bisschen aufräumen hier in der Bude. Stell es da hin. Passt schon. So, Wecker da drauf. Teekessel. Ja. Stellen wir da auch mit. Passt schon. Labernampe können wir da hin. Siehste, passt. Perfekt. Und die beiden Sachen weiß ich noch nicht genau. Müssen wir mal gucken. Wir bräuchten eigentlich eine extra Kiste. Wer für Kisten haben wir noch? Sieben. Gib mir mal zwei Grüne. Das ist zum Bauen. Auch, stell ich Ihnen das Zeug mal hin. Wo kann ich Möbel und Gedöns erstmal hinstellen? Hier. Nicht perfekt, aber hey. Da sind ja schon Möbel drin, ne? Gib mir alles her, hier. Ist im Grunde genommen alles Strandgedöns, ne? Erstmal da rein. Möbelmäßig, so. Das sind, äh, Tapeten oder Fußböden. Da rein. Ich glaube, das wird nicht reichen. Wir haben zu viel Scheibenkleister hier. Zu viel Gedöns. Äh, sieht gut aus. Das ist eigentlich Deko. Das gehört hier nicht rein. Gehört raus, raus, raus. Schon besser. Raus, raus. Raus, raus, raus. Raus, raus. Das geht noch raus. So ist das Radio da drin, ne? Hab ich das da reingeschwissen vorhin? Habe ich nicht darauf geachtet. Noch ein Möbelstück. Möbelstück. Noch mehr Möbel? Ne. Das ist auch noch ein Möbelstück, aber ich lasse da drin, ne? Passt nicht alles rein. Kriegen wir nicht alles rein? Keine Chance. Nee, du nicht. Tisch. Das, das. Was geht da rein? Okay, das muss ich hier unten reinpacken. Ich habe keinen Platz dafür. Wo ist Strip-Boogie-Board? Gehört hier eigentlich nicht hin. Könnten wir drüben an den Strand legen eigentlich als Deko. Und sonst müsste ich jetzt nicht. Eggplate ist auch Deko. Dann muss ich das auch mal hier reinpacken irgendwie. Na gut, dann haben wir noch ein bisschen aufgehäumt jetzt hier. Wir haben jetzt Jimmy noch getroffen. Wir haben den Alpha-Crop-Plug gemacht. Haben wir ein bisschen geschafft. Und wir haben die Trophäen hier ein bisschen aufgestellt. Tja, dann soll es das gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.